Seit fast zwei Jahren ist Claudia Norberg wie vom Erdboden verschluckt, ohne jegliche Spur, die auf ihr Verbleiben hinweist. Die einst prominente Persönlichkeit, einst Ehefrau des kontroversen Sängers Michael Wendler, hat sich nahezu komplett aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Selbst in den Weiten der sozialen Netzwerke, die oft als Bühne für Selbstdarstellung dienen, herrscht gähnende Leere auf ihren Accounts. In einem ruhigen Vorort von Cape Coral in Florida verweilt Claudia Norberg, die bereits 52 Jahre zählt, fernab der neugierigen Blicke der Öffentlichkeit. Einstmals strahlend und mitgeteilt, ist sie jetzt von einer Aura der Abgeschiedenheit umhüllt. Die Zeit scheint still zu stehen, seit jenem Punkt vor fast zwei Jahren, als sie sich dazu entschied, den Vorhang über ihr Leben in der Öffentlichkeit fallen zu lassen. Die Erinnerungen an die turbulenten Momente, die die Klatschspalten füllten, sind verblasst. Ein öffentlicher Schlagabtausch um ihren Nachnamen im Kontext der Hochzeit zwischen Michael Wendler und Laura Müller war einer der letzten lauten Echos, die von ihr vernommen wurden. Darauf folgten Jahre, die von persönlichen Rückschlägen und gebrochenen Liebesbeziehungen gezeichnet waren. Vor wenigen Wochen tauchte dann ein Lichtschimmer der Neuigkeit auf. Bild berichtete davon, dass Claudia Norberg anscheinend immer noch in Cape Coral residiert, wenn auch nun in einer gemieteten Wohnung, da sie ihr eigenes Haus vermietet haben soll. Überraschenderweise soll sie nun unter die Immobilienmakler gegangen sein. Doch die wohl sensationellste Meldung war, dass sie im virtuellen Raum möglicherweise ihre Rückkehr antritt. Die Frage, ob Claudia Norberg jemals wieder aus ihrem selbstgewählten Exil auftauchen wird, bleibt unbeantwortet. Die Zeit wird zeigen, ob sie die Stille durchbricht und erneut den Weg ins Licht der Öffentlichkeit findet. Inzwischen bleibt sie eine rätselhafte Figur, eine Frau, die einst im Rampenlicht glänzte, nur um sich dann in die Schatten zurückzuziehen, wo sie nun abwartet und vielleicht in Zukunft erneut hervortritt. Die destineden Vielen Dank.